Einen schönen guten Tag, hier ist mal wieder Nessie Zuck auf Euro Truck Simulator 2. Ja, hat ja sehr lange gedauert, bis ich wieder aufnehmen tue. Ich konnte die ganze Zeit nicht aufnehmen, war ein bisschen kränklich. Aber jetzt geht es Gott sei Dank weiter. Genau, gut, wir stellen nochmal ein. Gucken wie normal es war. Langsam richtig gar nichts mehr. Gut, starten wir mal. Gut, dann machen wir mal langsam wieder los. Hallo? Ja alle? Na, da bin ich noch. Okay, so. Okay, so. Gut, dann fahren wir mal ein bisschen schneller und langsam wieder vorwärtskommt. Jut. Hallo. Gut, meine Dame ist immer noch dabei. Gut, meine Dame ist immer noch dabei. Ich scheibe. Gut, meine Dame ist immer noch dabei. Gut, meine Dame ist immer noch dabei. Gut, meine Dame ist immer noch dabei. Ich weiß nicht, was los ist im Moment. Uff. Hm. So, könnt ihr fahren? Peng. Begre. 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 So, were you here? And was I? Shh. Was ist denn heute los hier? Wenn man nicht irgendetwas Fehler jetzt macht. Scheiße! Da wollte ich doch gar nicht hin. Hallo, bitte, danke schön. Na, komm jetzt. Ist doch schon deaktiviert. Hallo, was ist denn los hier? Ich verstehe das nicht. Hm. Komm ich nicht vorwärts. Ich muss mal kurz nachgucken, warum das hier nicht funktionieren tut. Einen kleinen Moment. Äh, Beeinstellung. So, hier reingehen. Nehmen wir mal das hier, V. Ja, mach ich doch ganze Zeit. Oder ist sie irgendwo mit Gänge? Und er ist Auto-Play. Aha. Ne. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Hallo. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Der kommt einfach nie was nach. Ah, jetzt kommt ja. Was war denn irgendwie los gewesen jetzt hier? Ne. Ne. ссыл oder da wäre bei oder oder hier Hallo? Was ist denn los mit der Spiegel? Hey, was ist denn weiter los? Los mit der Spiegel? Keine Ahnung, was mit der Spiegel los ist. Nein! Was ist denn los mit der Spiegel? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn heute los? Was ist denn los mit der Spiegel? Was ist denn? Was ist denn los mit der Spiegel? 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 Oh, hallo! Was ist denn heute hier los? Was ist denn los mit der Spiegel? 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 Und das Spiel ist im Moment nicht lieb zu mir. Neee! Eeeh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So. Versteh ich nicht, aber ist mir einfach ein bisschen zu hoch. Ui, 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 ui. Ganz schön kaputt die Straßen hier. Oh ja, hallo! Spiel! Na, wie sieht sie aus? Wie sind wir bald da? Ich meine, mal gucken, wie ich es abschalten tue. Ach man, Leute, was ist denn hier los mit dem JSP-Moment? Ey, das ist ein richtig schlimmer Moment jetzt hier. Hier ist noch ein sehr guter Windows Update, die Chrome ist... Spendet nicht. So eigentlich, wenn wir die Windows Update, die Chrome ist, Ich schätze mal, wenn ich hier fertig bin, schmeiß die mal draus. Boah. Ich mag die Russische Map. Ist ja das Schlimme. Das macht so einen großen Spaß, aber wenn ihr zu doll hacken tut, dann geht das einfach nicht mehr. Ich mache die Nivea und habe das gesagt. Das ist ja nicht wirklich. Ich trau dir nicht. Hallo? Geht's noch? Juhu! Ouh! Ja, es gibt zu viel, das stimmt. Aber jetzt, los, verschwinde, ich auch. Aber ich verstehe eins nicht, warum sie im Moment so starten tun jetzt hier? Nein! Was ist denn mit Testat? Da gibt's auch gar nichts. Ah, verdammt die Frise. Aber ich weiß, ich schon eins nicht, jetzt die V jetzt einschalten. Was ist denn hier los? Hm? Ja, die hupen schon noch nicht. Kann ich mich hupen? Kann ich mich hupen? Ja? Ja? Ich höle. Ich höle. Ich weiß nicht. Ich höle. Das muss ich mit ihm durchkämpfen. Nee, vergiss es, ich mach das nicht, ich weiß, was hier los ist, wenn ich jetzt die drücken tue. Was ist denn, was passiert? Was ist denn, was passiert? Sonst kann ich ihn nicht abschalten wieder mal, ich muss abbremsen, mei, warum soll ich das immer abschalten, ich will es ja nicht ausschalten, nein, hinweis aktivieren Sie ihn. Nein, vergiss es, dann lass ich das, dann nervst du eben, dann nervst du eben, dann nervst ich will ja nicht sagen, jetzt. Gibt es eine russische Map oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht, warum der Bild immer anzeigen tut. Aber eins weiß ich, wenn ich da bin, wird die russische Map rausgeschmissen. Schade eigentlich. Und die macht wohl so großen Spaß. Aber wenn das Spiel nicht will, wie ich will, komm fahr, fahr! Vollidiot! Und wenn du dich abschalten tue, dann kommst du nicht aus dem Arsch. Du vollidiot, warum fährst du jetzt rückwärts? Und wenn du dich, dann kommst du, dann kommst du, dann kommst du, dann kommst du. Und du kommst du, dann kommst du, dann kommst du, dann kommst du zum Arsch. Hab ich nicht gesehen, habt ihr was gesehen? Nein. So, jetzt, jetzt. Nein. Nein, vergiss das Spiel. Oh, wir sind gleich da, sehe ich gerade. Und dann muss ich mal nachgucken, was das bedeuten soll. Und jetzt V, dann schreibe ich das ab. Okay. Okay. Wie war das? Dankeschön. So, weil ich hier fertig bin mit der Aufnahme, gucke ich mal nach. So, was das bedeuten soll. Okay. 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 Jetzt muss ich irgendwas einstellen. So. Wir sind ja auch gleich da, sehe ich gerade. Aber ich lege es jetzt immer, da liegt eine russische Map. So. 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 So, sehr. So. So, ich glaube, hier ist das nicht ganz klar. so und weiter gehts ach da gibt es die Taste gedrückt genau Mist falsche Taste gedrückt ich wollte eigentlich eine Taste drücken Nein, ich aktiviere es nicht Ich verstehe nicht, was ist das? Aber wird gleich raus, wenn ich da bin Wie lange ist das noch eigentlich? Wir müssen mal gucken Wir müssen mal gucken, sonst muss ich irgendwo einen Rastplatz suchen Oh 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 Okay 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 Und weiter und weiter kommt hier nichts mehr Uah Keine Rastplatz mehr Wirklich nichts mehr Komm Leute Nie, oder? Das darf doch nicht wahr sein Da kommt wirklich nichts mehr Gut Wollt ihr machen tun? Hier gehts irgendwo was finden Wo ich schon parken kann Wo ich schon parken kann Wollt noch einmal rüber Wenn wir ja keine Zeit brauchen Gut, hier ist noch irgendwas Genau So, schön in den Endlicht dran So Leute Dann machen wir mal hier Schluss Und ich muss mal gucken, was ich denn machen tue Das soll Mit 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 Die Ähm Mit das V Da gucke ich gleich mal nach Und dann merke erstmal tschüss Bis zum nächsten Mal Euer Nersi Zuckter Tschuuuuh Tschuuuuh